ja hallo freunde ich hoffe es geht euch gut ich habe mal wieder ein kleines video für euch vorbereitet und zwar ich dachte mir gerade so in anlehnung zu meiner fotografie unterwegs serie der ich euch ja immer zeige wie ich ja vor ort vorgehe um meine aufnahmen zu erstellen dachte ich mir mensch es wäre doch eine coole sache wenn ich euch einfach mal so ein kleines video zeigen könnte oder mehrere kleine videos zeigen könnte wie ich meine aufnahmen dann letztendlich bearbeite und ihr könnt ja da hinten wahrscheinlich schon erkennen die neue serie heißt bildbearbeitung da rein und ich finde es ja immer selbst auch sehr sehr spannend wenn ich anderen fotografen über die schulter schaue und einfach mal gucke wie die ihre aufnahmen bearbeiten was für werkzeuge was für techniken die verwenden denn das inspiriert mich ja selbst auch selbst immer und von daher dann denke ich ist es eine coole sache wenn ihr mir da mal selbst über die schulter schauen könntet ja ich habe da hinten schon alles vorbereitet und würde sagen verschwinden wir einfach keine zeit und schauen uns einfach mal mein workflow an also von daher bleibt dran ja die aufnahme die ich also für euch vorbereitet habe die habe ich in meinem sommerurlaub in italien erstellt da war ich ja in meiner rolle unterwegs gewesen und dachte mir dass das vielleicht eine total super coole aufnahme wäre um euch hier also mein workflow zu zeigen in meiner bibliothek seht ihr also bereits schon dass ich hier diverse aufnahmen von diesem standort erstellt habe da habe ich also hier für dieses bild entschieden ich weiß es ist nicht ganz perfekt denn die stadt ist doch ziemlich weit in den linken bereich hier gerutscht es liegt allerdings daran dass hier auf der linken seite noch ein weg wäre und wenn ich hier also weiter nach links geschwenkt hätte dann hätte man halt eben diesen weg mit den personen darauf dass da ich das vermeiden wollte bin ich halt als zu dem entschluss gekommen eben diese perspektive hier zu wählen okay vor ort habe ich hier so eine kleine belichtung serie gemacht habe hier drei aufnahmen erstellt ich dachte vor ort wäre vielleicht nicht schlecht wenn man das hat wenn ich mir jetzt jede bilder am pc so anschaue bin ich allerdings doch der meinung dass das ganze unnötig ist und von daher würde ich mich halt einfach mal für eines dieser drei aufnahmen entscheiden das ist diese helle aufnahme wie man halt erkennen kann und das ist eine aufnahme die ein ticken dunkler ist und da mir hier die gischt im unteren teil des bildes hier viel besser gefällt als hier bei dieser variante würde ich mich halt entsprechend hier für diese aufnahmen entscheiden ja und ich weiß jetzt nicht ob ihr mein video zum thema fotografie unterwegs kennt denn da war ich ja einmal am 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 gewesen habe dort ein paar langzeit belichtung gemacht und in dem video da habe ich ja einen kleinen bild bearbeitungsteil mit eingebaut in das video und da sind ja gewisse dinge die ich halt auch in diesem video hier anspreche und von daher wenn ich es kennt dann kommen euch diese dinge halt schon bekannt vor und wenn ihr das video nicht kennt wird es mich natürlich freuen wenn ihr da mal reinschauen könntet aber ansonsten ist das ganze so ein bisschen parallel die videos die da halt eben angelegt sind denn eben die bild bearbeitung ist ja oft die gleiche ja mein erster schritt den ich halt hier entsprechend durchführer ist halt ganz unten in der kamera kalibrierung da passe ich halt jedes viel dazu an und ja will hier als profil das aus was mir dann doch am besten gefällt denke ich hier porträt kommt immer ganz gut hin oder auch leid ja ich entscheide mich mal hier vielleicht dann fällt mir ganz gut denn bei bei landscape was es ja eigentlich ist da wird das bild doch ziemlich dunkel und es ist zwar von der helligkeit ist es halt noch so okay aber was bringt mir wenn ich hier das bild ab dunkle aber dann gleich im nächsten schritt wieder auffälle also von daher würde ich halt einfach mal kamera light auswählen hier unten bei den bei den farbreglern die wende ich auch immer ganz gerne an fangen da meistens mit dem blauwert an und kann jedoch werte von 70 80 auswählen ohne dass unnatürlich aussieht bei dem grünwert da wenn ich die den bereich oder die sättigung hier anhebe dann wirkt sich das hier schön auf die häuser und den himmel hier aus damit das ganz gut gefällt oder da ich ja die absicht habe das zu verstärken wenn die ich halt hier den regler an okay beim rotkanal es ist meistens der kanal den mann bei dem man die werte nicht zu sehr hochziehen sollte oder nicht zu sehr übertreiben sollte denn da wird es doch sehr übertrieben aus okay gut kurzer vorher nachher vergleich man sieht schon dass man hier eben durch ein anderes profil und durch die anpassung hier dieser sättigungswerte jedoch ein sehr sehr viel spannendes bild erstellt hat okay kommen wir nun weiter hier oben dazu da würde ich halt hier die objektiv korrektur auswählen oder anpassen die ca entfernen und die profil korrektur aktivieren ich habe ja das ganze die aufnahme mit meinem sony meiner sony kamera erstellt mit den 16 35 millimeter und der sony a7r und ja gut genau als nächstes können wir uns mal die 100 prozent ansicht anschauen denn da sehen wir dass das bild es wurde von mit iso 200 aufgenommen weil ich denke man muss es hier also absolut nicht das rauschen absolut nicht reduzieren was mir jetzt hier allerdings doch in dem sinne auffällt ist dass das bild vom horizont der doch ganz klein wenig schief ist kann man also ein bisschen begradigen so okay müsste so weiter passen alles klar schärfen da wende ich meistens so werte so um die 35 40 45 an ja wenn ich immer ganz gerne so kommen wir also nun hier oben zu den werten und da fällt mir halt als erstes auf dass dieser felsbereich hier unten dass der ein bisschen zu dunkel ist denn es ist halt so dass die die sonne hier von 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 im rechten bereich war und dementsprechend konnte halt dieser felsen hier nicht mehr von der sonne angestrahlt werden wird jetzt halt also hier einen verlauf anwenden um halt hier einfach nur selektiv diesen diesen felsen hier oder diesen bereich hier nur selektiv aufhält so belichtung kann man um die kommunizieren so ok kurzer vorher nachher vergleich ja man sieht halt schon deutlich ein unterschied ok ja als nächstes was mir halt auffällt würde ich halt einfach hier diesen blöden sensor fleck einmal entfernen wollen ich werde jetzt hier natürlich nicht alle flecken entfernen das kann man ja in ruhe durchführen aber der eine halt der stört mich doch extrem genauso hier wie diese boien die doch durch die langzeit belichtung antiken unscharf aussehen ok ansonsten ich habe ja halt nicht immer gleichen bildbearbeitungs stil ich mache halt oder ich ändere das halt in der regel immer was mir halt auffällt und das ist ja immer halt vom bild zu bild unterschiedlich also von daher ich habe da halt also ich keine wirklich besondere reihenfolge da wir dann jetzt also hier entsprechend beim thema sind fällt mir halt bei dieser aufnahme auf dass ich hier so ein leicht dunkelblauen fleck habe oder bereich habe denn das kommt daher dass ich mit dass ich diese aufnahme halt eben mit einem polfilter erstellt habe und ich wahrscheinlich den polfiltern nicht richtig angewendet habe oder angepasst habe so daher würde ich halt versuchen diesen diesen bereich einfach mal zu kaschieren und den bisschen abzuschwächen so dass es nicht ganz so gravierend aussieht wenn man sich hier dieses bild anschaut oder dieser fleck einem direkt ins auge sticht ja wie machen wir das ich habe ihr habt ja gesehen ich habe hier so eine maske angewendet um diesen bereich und habe halt hier die belichtung so ein bisschen angepasst und wird halt vielleicht die tiefen anderen ticken höher machen so dann schwarz ja doch so kommt es dann schon hin so wie ich mir das vorstellt kurzer vorher nachher vergleich und ja man sieht deutlich dass dieser bereich jedoch sehr sehr schön kaschiert wird okay als nächstes würde ich versuchen dass ich hier mal am himmel so ein verlauf erstelle vielleicht so ein bisschen tiefer und halt versuchen würde dass ich hier diese diese wolken fetzen die hier so schön angeleuchtet werden dass ich hier diese einfach mal ein bisschen verstärke und es geht hier mit denen mit den ja mit den werben von lichtern und tiefen immer ganz ganz gut und ganz schön da kann man die halt sondern mal so ein bisschen spielen denke so klar kann man auch noch kleinen ticken erhöhen so dass man ein bisschen was an kontrast hat ja ich denke so und noch mal kurzer vorher nachher vergleich ja okay gut jetzt können wir uns hier mal ein vorher nachher vergleich anschauen und ja sieht doch schon mal ganz gut aus genau was euch vielleicht aufgefallen sein mag ist dass ich diese auch mal mehr gar nicht im 16 zu 9 format beschneiden habe oder beschnitten habe sagen wir so denn es liegt daran dass wenn wir uns das ganze mal ein 16 zu 9 anschauen ich hier diesen unteren bereich hier schön wegschneiden würde und damit hier diese fels diese felsformation hier unten sehr sehr gut gefällt würde ich das ganze als tatsächlich mal im normal standard format lassen ja okay dann kümmern wir uns mal ein wenig um den weiß abgleich und da würde ich halt versuchen da ist ja eine sonnenuntergangs wenn sonnenuntergang erstellt wurde würde ich vielleicht das bild ein bisschen die kelvinzahl die temperatur bisschen erhöhen dass man so schönes gelbes licht hat so ein bisschen so schön warmes licht und halt nicht so ein kaltes licht ja hier magenta damit arbeite ich ja auch immer ganz gerne da sollte man halt immer ein bisschen vorsichtig sein denn da neige ich ja dazu das ganz immer zu übertreiben denke so okay ja kann man so lassen denke ich okay hier vielleicht noch ein bisschen tiefen erhöhen kontrasten ganz klein ticken der kontrast hier wirkt sich ja aufs ganze bild aus oder generell alle werte die ich ja hier einstelle und hier unten die werte bei klarheit und sättigung und dynamik die lasse ich ja standardmäßig immer bei 0 das liegt daran denn da denn ich verwende ja oder bearbeite meine aufnahmen ja dann immer noch ein bisschen in photoshop und wende ja da auch noch diverse andere filter an und habe festgestellt denn wenn ich hier die werte auf 0 lasse dass später die sättigung bei der weiteren bearbeitung immer schon dezent bleibt denn wenn ich jetzt hier die die sättigung ein bisschen erhöhen würde dann würde das bild später einem wenn es wenn es fertig ist im endresultat sehr sehr übertrieben aussehen was die sättigung angeht und von daher da habe ich also echt die erfahrung gemacht den werde immer schön bei null belassen später kann man ja die sättigung immer noch anheben falls einem zu wenig sein sollte ok als nächstes bin ich halt hier mit meiner bearbeitung soweit in leitung fertig und würde das ganze also nun in photoshop weiter bearbeiten und ja von daher ich öffne das ganze jetzt also mein photoshop und ja auch hier habe ich keine festen bearbeitung schritte ich ja hab halt diverse filter oder diverse diverse werkzeuge die ich halt in der regel immer anwende oder halt ja ich sag mal zu 80 90 prozent der fälle es hängt also echt immer vom bild ab welche werkzeuge ich verwende oder wie ich sie verwende und ähm was ich halt bei 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 photoshop immer ganz gerne mache ist dass ich halt auch sehr sehr gerne mit den nick filtern arbeite die nick filter sind ja entsprechend jetzt kostenlos also ihr habt also echt gar keinen grund mehr zu sagen nö brauche ich nicht von daher schaut euch die filter mal an ich finde manche sachen manche filter sind echt echt super und erleichtern einem die arbeit total und von daher ja gucken wir uns mal photoshop an und dann zeige ich euch welche filter ich dabei also verwende ja ich habe jetzt hier also meine aufnahme in photoshop geöffnet und mein erster schritt den ich bei meinen aufnahmen immer 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 mache ist ich passe hier die die mikro kontraste an und zwar gibt es ja hier diverse möglichkeiten die mikro kontraste anzupassen und ich zeige euch jetzt hier einfach mal eine methode ich habe das ganze hier natürlich schon als aktion hinterlegt mikro kontrast allerdings bringt euch das ja herzlich wenig und von daher zeige ich euch das ganze also mal manuell ich weiß nicht ob ihr wie gesagt diese methode schon kennt wenn nicht ist schön habt ihr eine neue methode kennengelernt wenn ihr eine andere oder bessere methode habt dann tut euch keinen zwang an und verwendet eben eure methode die ihr kennt und mit der ihr zurecht kommt ich kopiere mir also zunächst mal diese hintergrund ebene und gehe halt hier unter filter sonstige filter und wähle hier den hochpass filter aus und habe kann hier ein radius auswählen wähle halt hier meistens irgendwie was aus so zwischen ja 15 oder 20 rum so was okay das kann man so lassen dann bestätigen wir das ganze auf mit ok und beim ebenen modus wählen wir hier den modus weiches licht aus und ja das ganze wirkt natürlich schon sehr sehr übertrieben das muss ich zugeben dementsprechend reduziere ich einfach ein bisschen die sättigung oder die dickkraft ist es ja in dem fall gehen wir mal auf 40 prozent wir können uns ja hier immer die ebene an und ausblenden ich weiß ich in der dieser ansicht hier sieht man hier wahrscheinlich nicht sehr viel deshalb würde ich mal in die 100 prozent ansicht gehen und kann hier noch mal den filter an und ausschalten und hier sieht man schon deutlich an den strukturen von den felsen her dass der kontrast oder die mit der mikro kontrast sehr sehr zugenommen hat so ich belasse das also mal hier bei einem wert von 40 denn meiner meinung nach bin ich hier mit sehr zufrieden ich tue das jetzt mal auf die hintergrund ebene reduzieren und fange jetzt also an mit meinem nick filtern dafür gehe ich einfach mal in die nick color effects pro 4 in die kollektion und zeige euch einfach mal mit welchen filtern ich da arbeite auf der linken seite hat man hier also nun jede menge filter manche filter sind echt schrott muss ich selbst zugeben aber manche filtern finde ich echt geil ich wende hier zunächst mal den contrast color range filter an den mag ich sehr sehr gerne standardmäßig wird hier ein kontrast von 25 eingestellt das denke ich immer auf null prozent und hier oben bei farbe hat man hier so eine farbpalette man hat hier ein regler wo man halt einfach hier diese farben entsprechend abfahren kann und wie ihr schon seht wird der farbkontrast entsprechend hier angepasst je nachdem welchen bereichen ich mich hier befinde und das finde ich soweit ganz cool denn so kann ich halt gezielt diverse oder so gezielt hat den den kontrast bestimmter farbbereiche halt eben anpassen denke so sieht das hier schon mal oder beziehungsweise in dem bereich sieht das hier schon mal ganz gut aus man hat hier noch den farbkontrast wert den es ist quasi sowas wie eine sättigung nicht eine sättigung wie eine deckkraft kann hier also wie gesagt schön den effekt schön nochmal hervorheben oder so ein bisschen absprechen je nachdem wie man es halt gerne mag ja hier kann man sich noch eine kurze vorher nach dem vorschau anschauen lassen und ja gefällt mir hier schon mal ich sehr sehr gut wir bestätigen das ganze noch mal und es wird halt eben so eine ebene erstellt mit diesem filter das ganze dauert jetzt immer noch ein bisschen so das ist nun die das bild mit anwenden unter anwendung mit dem filter wie gesagt man kann sich hier noch ein bisschen was die feuer den vorher nachher vergleichen anschauen man sieht doch das ist ein bisschen ein bisschen was am kontrast gewonnen hat die aufnahme okay es gibt natürlich halt noch jede menge andere filter die ich halt anwenden kann oder oder ja würde aber in dem fall denke ich bei dieser aufnahme sehe ich halt keinen anlass dazu noch diverse andere filter anzuwenden gefällt mir hat echt schon so ganz gut und von daher machen wir halt einfach mal ein bisschen so weiter ja zunächst was ich auch immer ganz gerne machen ist dass ich hier die farb balance noch ein bisschen anpassen und zwar man kann sich ja hier explizit die tiefen und die lichter oder mitteltöne anzeigen lassen oder anklicken ich will also hier die tiefen aus mache macht es halt so dass ich die tiefen ein bisschen dunkler dargestellt haben möchte also das heißt dunkler ein bisschen was tiefen geben bei mir in der regel immer so in den blau bereich hinein und die lichter hingegen die möchte ich immer ganz gerne so in so einem gelb rot jedenfalls in so wärmeren farben dargestellt haben ja wenn ich mir das jetzt hier doch mal anschaue dass bei den tiefen doch ein bisschen zu intensiv gewesen das blau hier so ja doch es ist nicht zu übertrieben aber es ist man kann doch einen kleinen aber feinen unterschiede kennen ja so ok als nächstes würde ich dann mal versuchen den kontrast noch ein bisschen anzuheben damit es doch noch ein bisschen knackiger aussieht das mache ich ganz gerne mit den gradations kurven man kann halt hier entweder so eine s kurve halt machen ja ist auch immer ganz ganz nett andernfalls kann man sich hier entsprechende vorgaben auswählen indem man hier ja entweder kann man sich ja hier selbst verspeichern ansonsten sind ja hier diverse diverse einstellung schon hinterlegt und wird halt einfach mal so ein bisschen ein bisschen rumprobieren linear kontrast mal gucken ja wenn jahre kontrast entspricht doch dem was ich was ich mir vorstelle man kann halt hier auch entsprechend immer die die deckkraft natürlich logischerweise anpassen und ansonsten dann aber vielleicht so einen kleinen foto filter drüber legen so ein bisschen damit es doch ein bisschen wärmer dargestellt wird doch diese die ein bisschen tiefer noch ich weiß nicht warum ich immer sagt ihm sagen die dichte in dem fall oder die deckkraft ja so damit blau ist mit vielleicht dem fall halt doch ein bisschen zu ja zu dunkel zu zu blau zu grün was ich sagen soll hier sieht es doch ein bisschen natürlicher aus sagen wir mal so ok ja mit alt mit gedrückter alt taste und wenn ich hier halt auf die hintergrund ebene gehe oder auf meine ursprungsebene kann ich ja alle anderen ebenen ausblenden und habe halt so einen schönen vorher nachher vergleich ja das gefällt mir hier schon echt ziemlich gut und ja so auf den ersten blick wüsste ich jetzt halt leider auch was heißt leider wüsste ich jetzt auch nicht mehr was man an dieser aufnahme noch ein bisschen verändern könnte von daher ich bin also ich doch sehr zufrieden mit dem bild und würde das ganze also nun fürs web speichern wird es noch ein bisschen verkleinern das kann ich euch immer schnell zeigen wie ich das mache denn ich habe dafür ein ganz ganz cooles tool und zwar unter datei skripten gibt es einen websharpener der ist erstellt wurden von dem herrn andreas resch ist total zu empfehlen ich liebe diesen websharpener ich weiß nicht seit wie vielen jahren ich den schon benutze also da hat der andreas echt super arbeit geleistet also echt total zu empfehlen müsst ihr euch unbedingt anschauen ich tue den link unten mal in die in die beschreibung einfügen damit jetzt das ganze auch findet ansonsten ist es ist echt super dieses programm ich habe ja habe ja lange lange zeit diverse methoden verwendet um mein bild zu schärfen und zu verkleinern und das ist echt die beste methode die ich dazu gefunden habe also von daher müsst ihr euch unbedingt anschauen das ganze dauert jetzt natürlich noch so ein kleines bisschen bis das hier fertig ist so hier werden nun also mein fertiges bild was ich ja verkleinert und geschärft habe es wird also noch mal also ich zeige euch das noch mal hier ganz kurz hier ist ja mein ursprüngliches bild und wenn ich ja das skript anwende wird ein neues eine neue datei erstellt und eben verkleinert je nachdem welche größe ich ja dazu haben will und hier gibt es ja entsprechend an den ebenen hier sieht man was dieses skript gemacht hat und ihr seht also echt das ist nicht nur wirklich bild bild verkleinern filter und scharf maskieren oder so sondern das sind ja jede menge detaillierte oder jede menge anpassungen die hier gemacht werden und von daher das lohnt sich also echt nicht mal das skript hier anzuschauen wird das ganze jetzt also mal einmal auf die hintergrund ebene reduzieren und dann halt so mein fertiges bild zu haben und ja das war es jetzt soweit von meiner seite aus wie gesagt es hat aber nur ganz ganz kleines video zum thema meiner oder wie ich meine bilder hat bearbeite es gibt halt also echt noch jede menge tipps und tricks und kniffe die ich euch da zeigen könnte aber das würde halt eben dieses video halt hier sprengt sehr klar und es ist halt wie ich ja schon mehrmals gesagt habe man kann halt nicht jeden filter auf jedes auf jedes bild anwenden sondern man muss halt sich das bild betrachten und gucken was man denn was will man denn mit dieser aufnahme erreichen und ja ich hoffe ihr hattet spaß mit diesem video falls ihr anregungen habt oder so dann könnt ihr das natürlich gerne in den kommentaren darstellen ansonsten lasst mir einen daumen nach oben da und gerne könnt ihr auch meinen kanal abonnieren würde mich natürlich immer sehr freuen und ich denke es wird garantiert nicht bei dem letzten video zum thema workflow oder zum thema meines workflows bleiben und von daher bleibt also dran ich hoffe ihr habt spaß dabei und danke fürs zuschauen und wir sehen uns bis zum nächsten mal ciao